Ganz viel Freude und Herz, das entfacht Leidenschaft bei mir. Neugier für neue Themen. Ich glaube motivierte Leute, einfach die auch einen Spirit, so einen Team-Spirit haben. Emotionen mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, dass die auch genauso für die Aufgabe brennen wie man selbst. Aus dem Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Den Nutzen darin zu sehen, dass das, was wir tun, das Richtige ist. Interesse, jeden Tag was Neues zu lernen, jeden Tag zu wachsen. Herausforderungen, die man sich annehmen kann und auch Ziele und Visionen. Große Herausforderungen und schwierige Themen. Freiheit. Also ich brauche Freiheit, ich muss mich selbst entfalten können, dann kann ich auch leidenschaftlich an Themen rangehen.